Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnach den Ticket und heute habe ich das Spiel. Achtball Pool. Ich werde es mal starten. Vollbetreien und warten. So, und das sind wir. Na, mal los. Ich habe 15 Nachrichten. Okay, muss ich das machen? Öffnen. Drei Stunden. Okay. Okay. Der. Der. Ich bin jetzt bei Moskau. Ich brauche 60 Punkte. Eine Online. Ist das noch mal Alden? X5 Einfach alle annehmen, ja. Irgendwie sind das fast nur Indonesier, oder? Oh, Baddack. Na, Baban. Gut. Doch. Kein Match gemacht. Nöp. Gut. Moskau. Ich brauche zwei Kisten. Ich muss zweimal gewinnen. Eine volle ist drinnen. Guck die Sonnen. Wollte ich schon sagen. Ich bin noch nicht dran. Er hat die Halben genommen. Oh, sieht gut raus. Es geht nur auf der Gelben. Es haut er so raus. Ah, hat er noch geschafft. Ah, hat er noch geschafft. Nein. Ah, Glück gehabt. Gefährlich mit der Acht. Ich probiere es einfach so. Ach, war ja klar. So, Schett. Weiter so. Weiter so. So, die Werbung wieder weg. Okay. Oh. Er hat das eine Loch blockiert. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Feuerholz. Das ist doch schön. Es ist doch schön. Danke schön. Okay, seine Chance. Okay, seine Chance. Okay, seine Chance. Okay, er hat wieder eine Chance. Was macht er? Hm, das war gut. Der steht ja richtig gut jetzt. Okay, er hat wieder eine Chance. Ich bin ein Gauner. Ich kann nicht mehr spielen. Jetzt habe ich vier Punkte dazu gekriegt, auch hinzufügen. Und ich muss noch ein Spiel gewinnen. Die Saison endet in sechs Tagen und sechs Stunden. Okay, jetzt möchte ich erst mal hier die Geschenke anschauen. Okay. 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 Oh, ich sehe gerade, ich könnte auch auf alle drücken. Na ja. Nehmen wir jeden einzelnen an. Okay. Okay. Geschenke gesendet. Geschenke gesendet. Geschenke gesendet. Geschenke gesendet. Und erhalten. Und genau. Alles halt so. Gerade gemacht. Ist das jetzt hier jetzt so? Download. Okay. Ah, ok. Maybe Clash. Ist online. Pitra. Aber ich musste noch dringend machen. Ah, ich weiß nicht. War bestimmt zu lange. Lucky shot. Muss der da rein oder der? Hm. Egal. Ist keiner drinnen. Drei Stöße, zwei Euro. Eins gegen eins. Moskau, wo seid ihr? Da. Oh, ich fange an. Machen wir so. Machen wir so. Und volle Pulle. Und... ...voll ist drinnen. Gold. Fuck. Hm. Ich glaube, ich nehme einen anderen Kühl, weil ich brauche ja noch einen Sieg. Mein Schafskühl. Stufe ein, Stufe drei, Stufe sieben verwendet. Oh, er hat... Ne, ich dachte, er hätte meinen rein eingerocht. Oh, mein Bauch. 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 mal still sein das ist gut es blockierte alles ich hab noch vier Erd 4 ja genau mein rausgehauen ob das mit Absicht? Ich weiß es nicht aber wir setzen ihn da hin jetzt könnt ihr alle nach und nach einlochen oder auch nicht ich hab aber Probleme mit den Seitenlöchern ich hab immer Probleme mit den Seitenlöchern ich kriech die nie da rein, das gibts doch nicht ich bin ein schlechter Poolspieler jetzt 2-2 Dankeschön, Dankeschön wenn ich den einloche krieg ich den gelben nicht mehr weg deswegen mach ich erst den gelben oh, ich hab seinen eingelocht nein, bitte weißer, geh nicht rein oh Mist, er hat gewonnen er müsste ihn da oben hinsetzen spät runter und dann kann er die einlochen was genau andersrum na, bin ich mal gespannt hm was machst du jetzt? Rosana welches Loch nimmst du? das da oben, ok und wie kommst du jetzt dahin? na, das geht vorbei so, ich muss jetzt hier hinstellen obwohl ich könnte auch da dann geh ich runter dann noch hm, das ist jetzt schwer hier ist besser ich gebe dir ne Chance, Rosana die ist voll Power so, dass die weiße auch noch irgendwo reingeht dann hab ich auch gewonnen ich weiß nicht, ob das bei Moskau Regeln auch so ist oh, ein bisschen schneller na ja, sie hat gewonnen ja hm, ein Putt verloren oh, 10 Euro nächster Sieg Alisa gut, ich muss dich empfangen keine drinne ich bin dran Nummer 1 du hast die Fallen ist doch voll normal oh wer seid locker reingerichtet Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 ach, das gibt's doch nicht kann doch nicht wahr sein gib alles gib alles mal weiter so krass gibt's doch, wenn du zwei mit einem Schlag machst dann sag ich krass wer macht den Smiley ha 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 das soll wegkrollen ach, trotzdem drinnen egal na, sie juckt oh, das ist gut für mich ich ja, das ist gut ja, das ist gut so muss es passen Okay. Das sieht gut für mich aus. Oh, nice. Boah. Noch einen Ball. Den kriegt er jetzt nicht rein. Wir müssen mit Bande spielen. Und das kann er nicht. Mit Bande ist auch immer ein bisschen schwer zu spielen. Wir werden jetzt den so einlochen. Jetzt sehen wir mal den da oben einlochen und den anderen nicht was unten links. Geht da rein. Konzentration. So müsste es passen. Und den unten links. Nicht so stark. Sonst geht die weiße auch noch rein. Bam. Das war der zweite Sieg. Ach ja. Ich sag dir vorhin, das sieht gut für mich aus. Oh, 9,30. Eine Profikiste bekommen. Dann schauen wir mal was haben wir hier. Da ist ein roter Punkt. Ich krieg 16 Köhls. Und hier leuchten zwei. Abholen. Kippe einander. Drei Spiele. Ach du meine Güte. Das ist ja richtig schwer. Hier, zwei Ränge gut kriegt. Oh, es regnet Münzen. Ja, dann müssen wir, das war bestimmt das hier oder das. Ah ne, gerade das ist es. Gut. Das wär alles. Ich glaub ich ändere mal den Club hier. Deutschland. Deutschland. Liga. Äh. Verlassen. So. So. Ein Club. Gibt's hier Bartak die German. Bartak die German. German. Nein, gibt es nicht. Erstellen. 5000. Ach locker. Kommen wir erstellen uns einen Club. Der Clubname ist Bartak die German. Kommen wir erstellen uns einen Club. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. und wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. das hier. Für RedDoc. Erstellen. Okay. 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 Kommen wir. Okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Okay. 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 Schauen wir mal verbessern und ich kann noch weiter verbessern okay das war's jetzt krieg ich hier noch ein Geschenk habe ich doch schon Silberrahm brauche ich nicht, der Pong sieht schon irgendwie cool aus ach ich habe jetzt Pong zu haben drei vorher war ich nur auf zwei gewesen so 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 gut und dann war alles voll bin ich da gerade hingekommen rechts klick Überraschungskiste habe ich eine öffnen was ist drin cool cool oh okay ja ging nichts fehlt immer noch zwei hier kann ich drehen ich spinne ich spinne super dann nehmen wir mal das ganze ein und nochmal oh schön mal einmal drehen dann müssen wir jetzt mal hier rubbeln 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 schön sauber rubbeln ach egal da und hier und da 5000 genau so viel habe ich für die gede bezahlt nochmal okay jetzt was soll ich da wechseln ich möchte meinen haben nein gut verwenden bleh der sieht doch am besten aus gut ich würde mal sagen das war es für heute kleine schnelle runde ich habe zweimal gewonnen zwei kisten voll eine quest fertig die eine quest dreimal hintereinander gewinnen das das kann ich vergessen das wird bei mir nichts Browser weg schade geh nicht ich hätte das gern mal ausprobiert aber ist ja dann noch nicht mal das ein bisschen anderes spiel gut gut dann beenden wir mal mit escape geht das nicht also müssen wir hier einen harten break machen dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr nächstes mal wieder dabei seid bis da mit euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal